Ey, yo Leute, was geht ab? Ähm, das Opfer der Industrie ist hier mit einem weiteren Let's Play zu Modern Warfare 3, ja. Ihr könnt es eventuell schon gemerkt haben, aber ich bin mal wieder betrunken, ja. Ähm, das liegt daran, dass ich wahrscheinlich ein Opfer der Industrie bin. Ähm, ja, nee, die Sache ist die, ihr feiert anscheinend meine besoffene Scheiße so krass, ja, dass ich mir gedacht habe, ich laber viel zu viel, ähm, dass ich mir gedacht habe, ich spiele einfach mal wieder eine Runde besoffen. Ich bin noch nicht ganz besoffen, ja, ich bin extremst angedrungen, aber ich habe mein Bier hier neben mir stehen und das trinke ich hier auch, man, pass mal auf. Ah, das ist super, super Bier, Moment. So, die Flasche wäre auch leer und auf jeden Fall, ähm, spielen wir dieses Mal, ähm, Modern Warfare 3, genau, ja. Und, ähm, ich habe sowas von keinen Plan für den Spiel, bin noch extremst schlecht in dem Spiel, ja, und habe es auch bis jetzt so gut wie noch nie online gespielt, ja. Aber, ich würde mal behaupten, das ist total top aktuell, das Spiel, ja, und weil es so top aktuell ist, greife ich damit hundertprozentig wieder ein paar Klicks ab, im Besovsky-Style. Und dann gucke ich wieder hinterher auf die Klicks und denke mir nur, fuck, warum findet ihr den Scheiß so geil, wenn ich besoffen bin und irgendein Kackspiel? Und deswegen, und deswegen werde ich jetzt, ähm, Modern Warfare 3 spielen. Mit euch, für euch, besoffen und so. Auf jeden Fall jetzt mal ein Bier, Alter, ich würde ja gern, Moment, ich hole mir noch ein Bier. Das Gute ist, Moment, äh, Mikro bleib hier, Mikro, Mikro, Mikro ist hier, hallo Mikro. Das ist, irgendwie ist das Mikro komisch eingestellt, ich hoffe, dass alles gut eingestellt ist. Ähm, mein Bier ist zum Glück hinter mir, deswegen ist es leicht für mich zu holen. Ich trinke mal noch einen Schluck. Top, so, auf jeden Fall, ich hab dir gesagt, ich bin extrem schlecht in der Modern Warfare 3. Boah, Mikro bleib mal hier. Mikro, bleib hier, Mikro, hallo, Mikro ist hier. Ähm, und ich hab extremst wenig Ahnung. Ich nehm einfach mal die hier, weil die, nein, was ist, Moment, das ist, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Ne, die ist gut, im nächsten Wiedereintritt. Okay, ich kenn die Map nicht, ja, das sag ich schon mal gleich, weil, wie gesagt, ich hab sowas von keinem Plan von dem vorigen Spiel. Ich hab Modern Warfare 3, wenn's hochkommt, so, was weiß ich, zehnmal online gespielt und mir gedacht, äh, na, ha, pfff. Ja, ungefähr so. Aber jetzt hab ich meine gute Waffe, jetzt geht's voll ab hier. Auf jeden Fall, ich leg jetzt einfach mal los und laber nicht viel rum, sondern ich schieße jetzt die Gegner ab. Und, äh, oh Gott, äh, sorry, pardon. Und der Epic, ah, Pale! Ich wollt grad sagen, der Epic LP spielt wie, der spielt wie der Minecraft oder so irgendwas. Hab man oben gerade gesehen. Warum hab ich den Chat an? Chat, 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 Chip und Chap. So, ähm, ähm, ich bin gestorben. Egal, ich würd mal sagen, die, ich, ich, ah, pffp, pffp. Ich würde mal sagen Ich setze die Messlatte auf 5 Kills In dem Durchlauf Wenn ich 5 Kills in dem Durchlauf packe Dann bin ich gut Ja Ich habe auch Ich sollte vielleicht die Minimap ein bisschen Im Auge behalten Und mit dem Adam gehen Ja Weil die haben vielleicht Ahnung wo es hingeht und so Hallo Adam Bleib hier Adam Mir sind gute Freunde Adam komm her Lass uns kuscheln So Adam Wo ist Adam Ich bin tot Wo war Adam Ich brauche noch mehr Bier So Ich wollte immer noch auf 5 Kills kommen Jetzt habe ich irgendwie 4 Tote und so Aber ich habe nie behauptet Dass ich in Modern Warfare 3 gut wäre Und besoffen Schon gar nicht Ich schläge mich jetzt mal auf die Lauer Genau hier Ich glaube das ist ein sauguter Plan Äh Ich kann Ne das ist ein scheiß Plan Hallo Gegner Ich habe einen getroffen Ich habe einen umgebracht Den scheiß Bastard Okay Moment da Ich muss immer auf die Minimap Fuck wo kam das her Das Spiel ist so Das Spiel ist so doof Irgendwo explodiert immer irgendwas Ja Und irgendwo geht irgendwas kaputt Und irgendwo gehe ich immer tot Und das ist doch scheiße Das ist doch Ach da Ne der ist mir Also der ist von Von meiner Gruppe So Da Aber ich habe ihn getötet Uhuhuhu Uhuhuhu Ja 5 Kills packe ich Äh Wo Äh Sorry Oh Leute Ich bin heute mehr betrunken Wie Ähm Wie im Black Ops Und im Slender Ich habe ihn nicht getötet Ich wollte nur sagen Ich bin mehr betrunken Wie Ich komme nicht zum reden Mehr betrunken Wie im Black Ops Und im Slender Ja Slender 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 Und ich habe mich Ich war heute Heute war Fuß Ich erkläre Ich erzähle euch mal Geschichte Jetzt ja Also heute war Fußball Ich bin ja Erster FCK Fan Wenn man das so Wie komme ich da rein Äh Wenn man das so Fan nennen kann Weil FCK Fan ist schon irgendwie leicht peinlich Aber ich gebe dir hoffentlich auf Dass wir irgendwann wieder gut werden Und dann würde ich mal sagen Ich habe heute Boah Ich habe einen getötet Äh Ich bin mal Ah Da fick dich Jetzt hört ihr mal zu Ja Die Geschichte ist so Wir waren heute Fußball gucken Also lauter Und die haben gewonnen Gegen Ahlen Oder wie die heißen Ich bin so gut Ich bin reingetötet Und wir haben gewonnen 2 zu 1 Ja Und da haben wir Bier getrunken Ganz viel Und da war ich schon Total am Arsch Und dann bin ich daheim gekommen Und habe nochmal mehr Bier getrunken Weil Weil Und äh Jetzt bin ich so besoffen Dass ich gedacht habe Ey Weil ihr ja das so geil fandet Letztes Mal Mache ich jetzt einfach nochmal besoffene Aufnahme Und das ist leicht Opfer der Industrie Und so ein Scheiß Und jetzt mache ich Modern Warfare 3 Bezosowski Edition Ne Wisst ihr Bescheid So Auf jeden Fall brauche ich noch ein Kill Habe ich mein Limit Das ich mir gesetzt habe Auf jeden Fall schon mal gepackt Ja Und hier scheint gerade keiner zu sein Das heißt ich hocke mich mal dahin Und trinke mir noch einen Schluck Prost Ah das schmeckt so gut Ihr müsst ja keine Werbung machen für Bier Aber Bitburger ist echt gut So Ähm Ja Auf jeden Fall Brauche ich noch einen Kill Damit ich zufrieden bin Ähm Ich gucke mal Da oben sind die roten Punkte Da Da Fuck you Er hat mich getötet Er hat mich getötet Ähm Your youth Your youth Youth center Fuck yeah Mein Englisch ist im Bezosowski Mode Very 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 good Da waren welche Mein Mikrofon geht schon wieder weg Mikrofon bleibt doch mal hier So Ich glaube ich schreie zu sehr rum Für die Einstellung von meinem Mikrofon Ich glaube es übersteuert wie Sau Aber wisst ihr was Das müsst ihr euch einfach mal antun In In übersteuerten Art Ja Weil Das ist notfalls Ah da Moment der ist mir Der ist so Ich hab meine 5 Kids Ich bin glücklich Hahaha So 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 Jetzt kann passieren was will Ich hab mein Limit erreicht Was ich mir gesetzt hab Jetzt ist alles Jetzt ist alles gut Fuuuut Fuuuuck Ich hab ihn getötet Ich hab ihn sowas von getötet Muuu Muuu Hahaha Okay Moment ich schelmisch Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Gewonnen Und das nur wegen meiner Hilfe Wie viel Platz bin ich? Moment wo ist die Taste Ich bin die Taste dran Ich bin letzter Hahaha Yay Gewonnen Ich hab Wie viele Kills hab ich eigentlich? 6 7 9 13 Moment Wo steht das? Hier Ich hab's nicht gelesen Ihr habt's gelesen Auf jeden Fall war ich voll gut Ich hab unser Team zum Sieg geführt und so Und jetzt ist genug mit Black Äh ne das ist kein Black Ops Das ist Modern Warfare 3 Reicht für heute Ich würd sagen Ende der fucking Kacke hier Ich guck mal Ähm Nehm ich überhaupt noch auf? Ich hab glaub ich das Spiel weggetrunken Jetzt ist wieder schwarz und so Ist egal Auf jeden Fall Das war Modern Warfare 3 Mal gucken Vielleicht find ich ja noch ein Spiel für euch Und das spiel ich auch noch Weil euch gefällt das ja so In dem Besowski Modus Und ich will ja nicht so sein Weil Das gefällt euch ja Und dann kann man so cool sein Ah Ja Es reicht für jetzt Tschüss und Peace Und tschüss und peace Und ciao Tschüssi dein Und so Ich muss pipi Och man